Söndchen, die André-Läubel-Show. Lebe dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen und vor allen Dingen auch nach deinen eigenen Werten. Gerade über die Medien wird ja versucht, uns einzureden, wir hätten so und so zu leben. Und wir müssten das und das haben. Und am besten sollten wir auch noch das und das denken. Und das und das sollten wir wichtig finden und das und das sollten wir doof finden. Das ist alles Käse. Was wirklich wichtig ist, ist, was willst du? Wie stellst du dir dein Leben vor? Uns ist völlig egal, ob du ein Lamborghini vor der Tür haben willst oder ein BMW oder ein VW Käfer. Tu das, womit du glücklich bist. Denn viele Menschen versuchen Leben zu leben, was möglichst gut aussieht. Auf den Instagramsen, auf den Facebooksen, TikToksen, überall. Zeigen sie immer, boah, guck mal hier, mein Leben ist voll toll und guck mal, wo ich bin. Und ich sitze den ganzen Tag am Strand und mache nix. Und die Kohle kommt von selber und ich bin voll reich und so. Käse, was ist dir wichtig? Das heißt, wenn du dich wirklich mal fragst, was ist dir denn wichtig? Und wenn dir eine Villa am Strand wichtig ist, go for it. Wenn du eine Hütte im Wald willst, dann go for that. Aber geh für das, was in dir ist. Und geh nicht für das, was die da draußen dir sagen, wofür du zu gehen hast. Sondern es geht darum, dass wir uns selber verwirklichen. Dass wir das ausdrücken, was unsere Seele ausdrücken will. Dass wir das leben, wonach wir uns selber sehnen. Was uns Freude bereitet. Und zwar von innen heraus. Und nicht, weil wir jetzt nur, weil wir besser sind als unser Nachbar, der das nicht hat. Hä, hä. Das fällt für mich nicht unter Freude. Sondern ein Leben zu leben, wo wir auch morgens aufstehen und denken, ja, mega, neuer Tag, Pixar, Duba. Genauso soll das sein. Das heißt, wir dürfen uns unser Leben so einrichten, dass wir erkennen, wow, ich führe genau das perfekte Leben für mich. Ich führe wahrscheinlich ein ganz anderes Leben als die Gesellschaft. Und ich persönlich tue das übrigens auch. Also, wahrscheinlich führe ich kein Leben, wie alle das machen oder alle das sagen. Sondern ich führe mein ganz eigenes Ding. Mein ganz eigenes Leben. Und weißt du was? Das ganz eigene Leben fühlt sich mega gut an. Es fühlt sich mega gut an, einfach das zu tun, was im Herzen ist. Das zu tun, was glücklich macht. Und zwar von innen heraus. Und dafür dürfen wir uns natürlich selber kennen. Das heißt, Sönchenregel Nummer 1 lautet ja, kenne dich selbst. Und da dürfen wir auch vielleicht, nur vielleicht, mal wirklich in uns gehen und uns mal fragen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Was sind denn meine Werte, die ich in meinem Leben leben will? Was ist ein Wert, der für mich wichtig ist? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich den jetzt mehr umsetze? Was will ich wirklich im Leben? Womit fühle ich mich wohl? Was gibt mir auch innere Befriedigung? Für mich zum Beispiel ist es wichtig, rauszugehen und Wildkräuter zu sammeln. Das ist für mich etwas, was mir gut tut und wo mir das Herz aufgeht. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Das ist die wirklich wichtige Frage. Und das Interessante ist, die Antwort darauf findest du nicht in die Geräte. Die findest du nicht da drin. Die findest du nicht da drin. Die findest du noch nicht mal hier drin. Nirgends. Diese Antwort findest du nur da drin. In dir selbst. Und deswegen mach dich auf die Reise, mach dich auf die Suche. Wer bin ich? Was will ich leben? Wer will ich sein? Was will ich in der Welt ausdrücken? Was will ich vielleicht sogar zu dieser Welt beitragen? Was ist mein ganz eigener Beitrag an die Welt? Was kann ich heute tun? Um mehr von dem zu leben, was wirklich in meinem Herzen ist. Wie kann ich heute wirklich da sein? Wie kann ich heute mein Leben genießen? Und wenn ich Herausforderungen habe, und die haben wir alle, einfach die Frage stellen, wie kann ich das jetzt lösen und dabei eine Menge Spaß haben? Das geht nämlich auch. Ja. Denn das Lösen von Herausforderungen muss kein Kampf sein. Das Leben muss kein Kampf sein. Und das ist vielleicht auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns das klar machen. Auch wenn uns das eingeredet wurde. Vielleicht unser Leben lang und auch gerade jetzt im Moment immer viel eingeredet wird. Man muss kämpfen gegen die und gegen die und gegen die. Müssen wir gar nicht. Und wir Menschen sind auch von Natur aus keine kriegerischen Wesen, sondern wir sind von Natur aus Herzenswesen. Und dahin dürfen wir auch zurückkommen in unser Herz. Und von da aus dann leben und von da aus dann fragen. Wie würde denn so ein Herzensleben aussehen? Wie würde mein Leben denn aussehen, wenn ich aus dem Herzen leben würde? Und vielleicht auch, wenn ich eine andere Metapher fürs Leben hätte. Was wäre, wenn das Leben kein Kampf wäre, sondern ein Tanz? Oder, wenn das Leben wie ein fröhlicher Springbrunnen wäre. Kann man ja auch sagen. Das Leben ist ein fröhlicher Springbrunnen. Pixa, Duba. Ja. Was passt für dich? Was ist für dich nützlich? Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, das Leben ist ein Kampf, ist nicht nützlich. Ist für keinen nützlich, weil das macht nur hart. Das macht verbittert. Das macht tschi, tschi, tschi. Und dann kriegt man irgendwann so spale Lippen. Sieht mal so aus. Genau. Und das ist... Nein. No. Nein. Deswegen die Frage, was willst du? Was willst du vom Leben? Wenn du alles haben könntest vom Leben, was würdest du wirklich wollen? Wenn es keine Einschränkung gäbe, was würdest du dann machen mit deinem Leben? Was würdest du damit anfangen, wenn du morgens aufstehst? Wo würdest du denn hingehen? Was würdest du denn da machen? Mit wem? Was würdest du bewegen? Was würdest du in die Welt bringen? Denn das Leben ist so viel mehr als Kampf oder Überleben. Und sei immer sehr vorsichtig, wenn jemand dir das einreden will. Das Leben wäre Kampf und hart. Und wir müssen uns halt damit abfinden. Oder auch unsere Wege finden, damit umzugehen oder so. Nee, Käsebanane. Müssen wir gar nicht. Wir können uns unser eigenes Leben kreieren. Und ein Leben voller Freude und Leichtigkeit. Ein Leben voller Fülle. Voller Liebe. Voller Verbindung mit Gott. Und dieses Leben ist jetzt hier. Wir müssen uns das nur nehmen. Wir müssen sagen, ja, Leben, ich packe dich mal an. Vielleicht sanfter. Vielleicht können wir ein bisschen sanfter zum Leben sein. Und sagen, hey, Leben, komm her. Ich nehme dich jetzt mal an und kreiere mal was richtig Cooles aus dir. Und zwar etwas, was aus meinem Herzen kommt. Etwas, was mir wichtig ist. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Mach das zu deinem Lebensmittelpunkt. Nicht, dass nach außen gut aussieht oder was die Leute sagen. Apropos, Leute reden immer übrigens. Egal, was du machst. Oder auch nicht, was sagt die Gesellschaft, was ich zu wollen habe. Das ist in den wenigsten Fällen das, was dir wirklich gut tut. Und befreie dich. Befreie dich auch, vielleicht sogar ein bisschen von die Geräte. Dass man vielleicht, nur vielleicht, ein bisschen weniger da reinguckt. Ein bisschen mehr hier reinguckt. Weil die Antwort ist nicht da drin. Du kannst den ganzen Tag in allen Streams surfen. Dann wirst du nicht herausfinden, was in deinem Herzen los ist. Du wirst nicht herausfinden, was dein Leben glücklich macht. Was finden wir heraus, wenn wir in die Stille gehen? Wenn wir Zeit mit uns selber verbringen? Wenn wir Zeit mit Gott verbringen? Wenn wir bei Mama Natur sind? Wenn wir wirklich dahin gehen, wo Lebendigkeit ist? Weil das hier ist nur Lebendigkeit abziehen. Hier die Streamse. Die saugen Energie. Die geben nicht, die saugen. Mach so. Guck mal so. Hörst du mal? Saug das ab. Geh irgendwo hin, wo dir Energie gegeben wird. Wo du dich gut fühlst. Wo man sich über dich freut. Geh dahin. Sei da mehr. Und dann geh in dich selbst hinein und frag dich, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Und dann fang heute damit an, ein kleines bisschen mehr genau das zu tun. Denn weißt du was? Dein Leben ist wichtig. Dein Leben zählt. Und es ist wichtig, dass du das tust, was in deinem Herzen ist. Und es ist wichtig, dass du es heute tust. Das war dein Söhnchen-Podcast mit André Leubel. Mehr von André findest du auf Söhnchen.com.